hallo meine lieben freunde meines kanals ja gestern gab es ja einen x 2.9 auf der sonne und zwar in diesem gebiet hier einen gebiet welches ich jetzt langsam in unsere richtung dreht der ausbruch selber fand ungefähr hier statt ja das heißt also irgendwo zwischen in diesem großen sonnenflecken gebiet denn man muss dieses gebiet bestehend aus mittlerweile vier sonnenflecken als ein gebiet sehen das ist alles miteinander verbunden mit großen plasma bögen mit magnetfeldern und es gibt eine generelle dynamik innerhalb dieses gebietes was darauf schließen lässt dass es hier tatsächlich eine abhängigkeit gibt bezüglich auch der abläufe die hier stattfinden natürlich erstmal fällt ins auge diese drei die sehr nah beieinander sind ja das ist tatsächlich ein gebiet was untereinander auch sehr viel dynamik auslöst man sieht das zum beispiel auch bei dem größeren fleck hier der ist ungefähr eineinhalb mal so groß wie die erde der bewegt sich unabhängig von den zwei anderen das heißt es gibt eine grundbewegung innerhalb des systems und das bedeutet immer eine gewisse gefahr für ausbrüche weil da einfach dynamik drin ist der obere gehört auch noch zu diesem gebiet das ist tatsächlich miteinander verbunden und wir sehen auch ihr müsst mal hier in diesem bereich gucken ihr seht dieses weißige größe hier ja was sich hier über die oberfläche der sonne zu bewegen scheint das ist etwas was zeigt dass der sonnenfleck in eine bestimmte richtung auch einen einfluss auf die oberfläche ausübt und dass dort neue kleinere sonnenflecken entstehen können ja das heißt also dieses gesamte gebiet erreicht von der bewegung her von diesem grundsystem schon bis hier oben ja dann haben wir noch den dahinter der jetzt langsam auch nach vorne kommen und ihr seht auch hier gibt es eine dynamik innerhalb dieses gebietes und es wird hochinteressant meine leben also das ist das gebiet ist ein richtiger brummer und ich weiß nicht was da hinten noch kommt es scheint so zu sein als ob da hinten noch irgendwas ist es verbinden aber jetzt nicht ganz sicher wie komme ich darauf nun wenn wir uns mal bei 171 angstrom die momentane entwicklung anschauen also zum einen ganz kurz ich gehe davon aus dass es heute noch einen ausbruch geben wird in diesem gebiet wir können mal ein bisschen zurückgehen da seht ihr den ausbruch von gestern das heißt also hier das war der x 2.9 und dann haben wir hier eine entwicklung des gesamtsystems und jetzt haben wir hier in diesem gebiet ein aufwölben ja eines plasma bogens den hier ja und wir haben im hintergrund etwas was hier dann langsam so hell wird und so langsam so drüber schaut und ich denke dass das wird wohl jetzt zu einer kettenreaktion führen und da wird es wohl wieder einen ausbruch geben wie groß der werden wird kann man nicht sagen da muss man jetzt mal gucken was der bei welcher konfiguration macht also was macht er zum beispiel jetzt aus diesen beiden plasma bögen den hinteren und den vorderen wie viel energie wird freigesetzt dann kann man sich so langsam ran tasten was das sonnenfleckengebiet so maximal kann beim x beim ar 3664 habe ich meinem video gesagt maximal x10 ja was man gesehen haben war eine 8.79 und da war ja relativ nah dran was das angeht und hier habe ich noch keine erfahrungswerte ich kann noch nicht sagen da hat zwar jetzt ein x2.9 ausgelöst aber das ist jetzt erst mal das erste was man gesehen hat ja aber was kann er und ich denke dass es heute noch zu einem ausbruch kommen wird und dann wird man sehen wie der ausbruch aussieht und dann muss man mal schauen ja wie das ganze dann abläuft wie gesagt dieser plasma bogen der sich hier jetzt aufwölbt ja das könnte dieser ausbruch werden und im hintergrund haben wir auch was und das was da im hintergrund ist das liegt tatsächlich noch hinter diesem sonnenfleck den wir hier sehen also das ist ja der eine den ich euch gezeigt habe ganz kurz nochmal umschalten auf dieses hmi der hier ist das extrem helle was wir hier sehen das ist dieser sonnenfleck und da ist angeflanscht noch irgendwas hinterhalb was das jetzt ist was diesen plasma auswurz oder dieses 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 leuchten verursacht also eben die frage ist da dahinter noch was oder wird das jetzt ein ausbruch und wie verhält sich zum beispiel der vordere plasma teil hier der sich auch aufgewölbt hat das heißt also wir sehen hier der wölbt sich gerade auf und ja da schaut es wohl so aus als würde es rumsen im übrigen was wir jetzt hier zum beispiel sehen also dieses aufwölben ist sehr interessant weil man das jetzt beobachten kann wenn man auf die sonnenseite guckt wenn das passiert wenn man direkt drauf schaut sieht man das teilweise gar nicht weil das einfach überstrahlt wird von bestimmten bereichen aber ja das ist sehr interessant was da passiert und ja dieses gebiet ist gigantisch wir haben ja noch ein paar andere gebiete die auch interessant sind unabhängig jetzt von den sonnenflecken es gibt hier ein filament das ist so eine ewig lange wurst die auf der sonnenoberfläche sich befindet und wenn man sich das mal ein bisschen anschauen sehen wir auch von der entwicklung her dass es hier ablösungstendenzen gibt das heißt also dieses gesamte gebiet von hier oben bis hier unten könnte sich ablösen und einen großen ausbruch verursachen der auch plasma richtung erde schleudert das wäre dann tatsächlich jetzt etwas was sogar noch früher interessant werden könnte sofern es erdgerichtet ist was man aber momentan nicht genau sagen kann dann haben wir ein gebiet hier oben das ist jetzt heute ruhig geblieben das heißt es gab da gestern seht ihr immer wieder eine eine gewisse dynamik und auch ausbrüche die dort stattgefunden haben heute ist es relativ ruhig geblieben da ist jetzt nicht viel passiert aber das heißt nicht dass das so bleibt es ist auch ein gebiet was immer wieder ausbrüche verursachen kann die auch sehr heftig sein können dann haben wir hier im zentrum noch gebiete die auch eine gewisse dynamik haben und die auch ausbrüche verursachen könnten ja aber momentan schaut jetzt nicht danach aus als ob die jetzt akut interessant sind man sieht das auch wenn man mal hier nochmal umschaltet bezüglich auch der sonnenflecken die damit verbunden sind da ist jetzt zwar eine gewisse dynamik drin das sieht man auch wenn man hier mal so ein bisschen schaut was passiert denn da tagsüber haben schon sehr viele flecken die sich jetzt hier in diesem bereich bilden auch in diesem bereich aber eine grunddynamik für ausbruch ist da nicht vorhanden das liegt auch an den magnetfeldern die da momentan existieren scheint nicht so zu sein als ob da was passieren könnte oder würde aber ja nochmal zu diesem gebiet hier draußen das könnte unser nachfolger werden man sieht das auch sehr schön an diesem plasma gebilden also diese magnetfeldlinien die hier existieren wie sich die dann immer wieder aufbauen und immer wieder auch zeigen dass sich da neue energiekonzentration aufbaut hier zum beispiel also wie gesagt aus meiner sicht dauert es tatsächlich nicht mehr lang ich kann jetzt mal ganz kurz während des videos einen refresh machen ja ob man vielleicht dann schon ein bisschen mehr sieht aber also ich habe das video jetzt ich habe jetzt einfach keine lust mehr gehabt zu warten sagst du euch wie es ist weil ich gucke mir das jetzt seit ein paar stunden an und habe immer gedacht naja vielleicht gibt es einen langen ausbruch kann ja sein da hätte man das gleich miteinander verbinden können zum einen die erklärung des sonnenfleckengebietes und zum anderen auch dann den ausbruch erklären können wie er zustande gekommen ist und so weiter und so fort aber da gibt es dann morgen ein video vermute ich also außer mich reißt dann wenn es um 23 23 uhr mache ich dann doch kein video mehr irgendwann ist dann auch mal gut ja mit dieser thematik dann mache ich auch gerne mal was anderes aber wir haben hier noch keine eindeutige entwicklung ja manchmal ein ein frame zurückgehen das ist interessant was da passiert ich muss tatsächlich dann mir das hinterher noch mal anschauen und die einzelnen frames dann ja also keine 30 minütigen sondern vielleicht zehnminütige oder vielleicht sogar fünfminütige bilder machen damit ich die gesamte dynamik sehen kann was da genau passiert ja es ist trotzdem interessant in diesem gebiet was da so abgeht ja gucken wir mal ob es heute noch einen ausbruch gibt im grund genommen sieht er selber die ganze sonne ist momentan tatsächlich extrem aktiv ja es ist selten dass die sonne so ausschaut das muss man auch sagen und aufgrund eben dieser dynamik die da existiert ist auch klar dass wir uns jetzt tatsächlich in das maximum hinein bewegen also das ist jetzt ein richtiger schub energie schub der hier stattfindet der bedeutet auch dass die chancen ja auf größere ereignisse steigen und somit auch zumindest theoretisch polarlichter allerdings muss man auch sagen wir bewegen uns jetzt langsam in den sommer rein na und die tage werden länger die nächte werden kürzer die zeitfenster für mögliche polarlichter werden immer geringer na und deswegen wäre es ganz gut wenn das dann in den nächsten zwei bis drei wochen stattfinden würde wenn man natürlich dann langsam in den juni und in die maximale tageslänge reinkommen dann wird es ein bisschen schwieriger allerdings muss man sagen beim g5 würde man schon was sehen ja das heißt also ja aber natürlich wenn es hell ist nicht klar na und ihr wisst ja selber sommer so bis um 10 uhr oder teilweise bis bis 11 uhr dauert es dann bis wirklich das letzte sonnenlicht aus der atmosphäre verschwindet und deswegen wird es halt immer komplizierter mit polarlichtern guckt euch das ein bisschen an selber auch wenn ihr Bock dazu habt den link packe ich euch unten rein was hier genau passiert in diesem bereich dann könnt ihr gucken ob es dort tatsächlich zu einem ausbruch kommt ich gehe davon aus dass das passieren wird aber es ist natürlich auch nicht hundertprozentig sicher weil ich mit dem sonnenfleckengebiet was jetzt zum beispiel diese einzelnen entwicklungen angeht jetzt noch nicht so viel erfahrung habe aber schauen wir mal wollen wir mal gucken was da heute noch passiert so und jetzt wünsche ich euch eine schöne zeit vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.